Hallo, ich bin Nico von der Kunstschmiede und das ist der Kunstverkaufen-Podcast mit Episode 226, dem Kunstmarketing-Podcast, bei dem du als bildender Künstler endlich verstehst und lernst, wie du dich ehrlich vermarktest und deine Kunst direkt und ohne Umwege an deinen Traumkunden verkaufst. Und in der heutigen Episode des Kunstverkaufen-Podcasts erfährst du, wie sich deine Kunst in das Gedächtnis deines Traumkunden einbrennt. Na, ist doch schon was Schönes. Und vor allem, jetzt haben wir noch einen zweiten Teil dieser Geschichte, ja, wie kalte Duschen dir dabei helfen werden, dann auch den Wert deiner Kunst zu verstehen. Uiuiui, na, den letzten Teil, den hätte ich vielleicht weglassen sollen, weil es ein bisschen unangenehm, aber du wirst sehen, es macht auf jeden Fall Sinn und vor allem, du wirst sehen, dass es dir nicht nur helfen wird innerhalb deiner Kunst, innerhalb deines Kunst-Business, sondern auch persönlich. Also kann ich nur mal sagen, aber bevor wir dazu kommen, Etikonschmiede auf Instagram wieder der Hinweis, dort kannst du mir deine Fragen, Ideen und natürlich auch Themenvorschläge zusenden, denn ich bin nur aufgrund genau dieser Themenvorschläge, die mir gesendet wurden, auf Instagram zu diesem Thema gekommen, das ich heute anspreche. Denn es geht ganz klar darum, wie kann ich es schaffen, dass ein Mensch, der online unterwegs ist, sich meine Kunst ansieht und sagt, das ist für mich. Wie kann ich das schaffen? Wie kriege ich das hin, dass derjenige sich berührt fühlt durch das, was er da sieht? Weil es gibt ja da draußen so viele Experten, Kunstexperten, die sagen, die Kunst muss für sich wirken und man darf dazu nichts sagen und sie darf am besten keine Bedeutung haben. Ja, ja. Okay. Und deswegen gehen wir das heute ein bisschen psychologisch an, ein bisschen fundierter an, nicht mit irgendwelchen Lehrmeinungsannahmen, sondern wir gehen psychologisch ran. Und du wirst sehen, dass es absoluten Sinn macht, einfach ein bisschen was zu der Kunst zu erzählen und vor allem auch zu verstehen, mit wem habe ich es zu tun. Machst du Kunst für jeden, machst du Kunst für niemanden? Und da möchte ich mich auch gleich auf ein paar kluge Köpfe auch beziehen und zwar auch Dr. David Hawkins und aber auch Sigmund Freud. Und wenn du dich ein bisschen mit Sigmund Freud beschäftigt hast, dann wird dir vielleicht so der Begriff Assoziation ein Begriff sein. Ja, Assoziationen, Assoziationsketten daraus entstanden oder können ja auch Traumata entstehen oder gewisse Psychosen. Das war ja so seine, er ist ja der Begründer der psychoanalytischen Therapie und wenn ich das richtig im Kopf habe. Und da ging es ja ganz genau darum zu erkennen, woher kommen gewisse Reaktionen? Wie kann es sein, dass eine Erinnerung oder irgendwie ein Trigger dazu führt, dass man gewisse Reaktionen im Körper hat, körperliche Reaktionen oder sich auf eine gewisse Art und Weise fühlt oder auf eine gewisse Art und Weise sich verhält? Und du kennst es ja bestimmt auch selbst. Das ist ja nichts, was uns allen fern ist. Es gibt ja sowas im Alltag immer und immer wieder. Beispielsweise der Geruch von Wasserball, der dich an einen bestimmten Urlaub erinnert. Oder der Song, der dich an eine verflossene Liebe erinnert. Oder die Postkarte, die dich an einen alten Freund und eure gemeinsamen Geschichten auch erinnert. Oder vielleicht auch sogar ein bisschen ein trauriges Thema. Ein Foto von einem verstorbenen Familienmitglied, das sich an schöne gemeinsame Momente erinnert. Was haben all diese Dinge gemeinsam? All diese Assoziationen? Sie alle beginnen mit einem Auslöser. Ein Geruch, ein Song, Postkarte, Foto. Und alle diese Trigger, alle diese Auslöser führen dazu, dass eine Erinnerung losgetreten wird. Also ein Urlaub, eine verflossene Liebe, ein alter Freund, schöne gemeinsame Momente. Und sie alle, und da wirst du mir bestimmt zustimmen, verursachen eine gewisse Reaktion. Diese kann positiv sein und negativ sein. Freude, Liebe, Spaß oder Trauer, Wut oder sogar Bedauern oder Scham oder Schuldgefühle. Wir wollen jetzt nicht zu weit in das Negative gehen, aber dir ist bestimmt bewusst und vielleicht auch im eigenen Leben mal aufgefallen, dass einfach nur so kleine Trigger, vielleicht auch mal ein kleiner Satz von jemandem dazu führt, dass man sich toll fühlt oder auch gar nicht so toll. Und wir alle, also wir haben hier an der Stelle einen Auslöser, der eine Geschichte im Kopf lostritt und schließlich zu einer emotionalen Reaktion führt. Wie wird aber diese emotionale Reaktion überhaupt verursacht? Wie wird das verursacht? Ich meine, ich habe einen Reiz, ich habe eine Geschichte, aber was entscheidet darüber, wie ich das alles dann wahrnehme? Weil ein Urlaub für dich, der für dich spaßig ist und lustig ist, kann für mich halt ganz schrecklich sein. Manche springen halt mit einem Wingsuit aus dem Flugzeug und sausen an Klippen vorbei und ich, naja, ich gehe halt gerne spazieren. Also wovon ist halt diese emotionale Reaktion abhängig? Von der individuellen Bewertung und Interpretation dieser Situation natürlich. Ganz einfach. So wie ich das bewerte, so wie ich das persönlich wahrnehme und bewerte, so wird dann natürlich auch die Emotion am Ende bei rauskommen. Da gibt es also für die Nerds unter euch so ein Modell, das genau diesen Ablauf oder diesen Prozess ganz gut veranschaulicht. Und dieses Modell nennt sich das Stressmodell von Lazarus. Also wenn ich an Lazarus denke, dann denke ich immer an irgendeinen, weiß nicht, Vampir oder sowas. Aber das ist wirklich ein tolles Modell, das mir auch geholfen hat zu verstehen, wie Marketing auch gut funktionieren kann. Und dabei wird beschrieben, wie ein Mensch auf äußere Reize oder vielleicht sogar auf innere Reize, wenn er halt an irgendwas denkt, dann auch reagiert. Und da gibt es gewisse Stadien. Das sind insgesamt sechs Stadien und die möchte ich dir jetzt einfach mal kurz vorstellen, damit du dir einfach so ein Bild, damit du ein Bild vor Augen hast. Das ist einfach so ein Prozess, der laut diesem Stressmodell von Lazarus jeder durchläuft. Und für mich, es gibt da verschiedene Modelle, aber für mich macht dieses Modell am meisten Sinn. Vielleicht bist du da anderer Meinung, vielleicht bist du ja auch Psychologe oder Psychologin. Dann kannst du mir da vielleicht auch mal so einen Ball zuwerfen und sagen, hier Adoniko, es ist zwar nett, was du da erzählst, aber ich habe da noch was viel Besseres. Da bin ich immer offen dafür. Also addikunschmied auf Instagram, wenn du mal solche Hinweise hast, wenn du etwas hinzufügen möchtest, dann immer her damit. Ich bin immer offen für Weiterbildungen und natürlich weiterführende Informationen. Also in dem Sinne beginnen wir jetzt erstmal mit dem Stressmodell von Lazarus. Also wie Menschen auf äußere Reize reagieren und im ersten Punkt, im ersten Stadium geht es um die Umwelt. Da kommt der Reiz her, wie zum Beispiel dein Kunstwerk, ein bellender Hund oder der Geruch einer Blume. Das ist einfach ein Reiz, der wird irgendwie von einem Sinn wahrgenommen und das ist erstmal der Anfang. Ohne einen Reiz geht es nicht weiter. Und als zweites haben wir den Wahrnehmungsfilter. Da wird entschieden, ist dieses Kunstwerk überhaupt für mich interessant oder ist es überhaupt diese Aufmerksamkeit überhaupt erstmal wert. Beispielsweise, wenn ein Single jetzt durch eine Drogerie läuft, werden ihm wahrscheinlich die Windeln eher nicht so ins Auge stechen, weil es halt nicht für ihn relevant ist, sondern eher Objekte, die halt für seine Realität jetzt von Bedeutung sind. Wenn du allerdings jetzt werdender Vater oder werdende Mutter bist oder sowas, dann denkst du natürlich über solche Themen öfter nach und dann taucht sowas öfter mal auf deinem Visier auf, auf deinem Radar. Und deswegen ist es auch erstmal da schon mal wichtig zu entdecken, dass wir halt ständig mit Informationen zugeballert werden und die wenigsten von uns dann auch wahrgenommen werden, weil halt das wenigste tatsächlich auch relevant für uns ist. Als drittes kommt es dann erst zur Bewertung. Also wahrnehmen, dann entscheidend, also der Reiz kommt, dann wird es wahrgenommen. Ist das überhaupt für mich überhaupt, ist es meine Aufmerksamkeit überhaupt wert? Und dann wird dieser Reiz überhaupt erst bewertet. Also die primäre Bewertung. Hier wird dann auch entschieden, ob das entweder positiv oder gefährlich oder irrelevant ist. Gefährlich im Sinne von herausfordernd oder bedrohlich. Beispielsweise, das ist ja nicht nur körperlich, sondern auch gegensätzliche Meinungen und Glaubenssätze werden gerne als Gefahr wahrgenommen. Also meinetwegen politische Meinungen oder so. Wenn man jetzt super rechts ist, dann mag man halt die linke Meinung nicht. Und wenn man super links ist, mag man die rechte Meinung nicht und so. Also deswegen, damit du es verstehst. Und positiv kann halt meinetwegen eine Kugel Eis im Hochsommer sein und irrelevant. Meinetwegen eine teure Uhr im Schaufenster, die zwar schön ist, aber derjenige einfach das jetzt aktuell einfach nicht braucht. Es ist einfach schön, ist meine Aufmerksamkeit wert, weil es schön ist, aber ich brauche es nicht. Irrelevant, weiter geht's. Und als viertes haben wir die sekundäre Bewertung. Also hier wird in dem Fall, dass eben das Kunstwerk, die Idee oder was auch immer vor dir ist, weil es eben herausfordernd oder als gefährlich dann auch deklariert wird oder bewertet wird, wird dann entschieden, ob genügend Ressourcen vorhanden sind, um sich mit diesem Problem auseinanderzusetzen und damit eben auch umgehen zu können. Ja, also du hast einen Reiz, der wird erstmal beobachtet, ist das überhaupt meine Aufmerksamkeit wert? Dann wird es bewertet, ist es gut, ist es gefährlich oder positiv, ist es gefährlich oder irrelevant? Und falls es gefährlich sein sollte, kommt die sekundäre Bewertung und da wird entschieden, kann ich damit umgehen? Und falls ja, ist alles gut, falls nicht, entsteht Stress. Beispiel der kleine bellende Pudel, der der Bestie aus deiner Kindheit verblüffend ähnelt und sich mit vier Jahren fast verschlungen hat. Naja, das kann dann auch schon mal etwas überfordernd sein, wenn man wieder auf so eine Situation trifft, die halt genau dieser Situation gleicht, meinetwegen. Oder man hat wirklich eine Situation, wo man von einem zähnefletschenden Rottweiler angegriffen wird und im letzten Moment die Leine einen abhält, so irgendwie zerfleischt zu werden oder was auch immer. Ich habe immer so böse Beispiele, aber ich hoffe, du verstehst, worauf es hinausläuft. Also es geht ja darum, kann ich mit der Situation umgehen? Kann ich mit diesem Stress umgehen? Habe ich die Ressourcen, um damit umzugehen? Und falls nicht, entsteht Stress. Und als fünftes geht es dann darum, damit umzugehen. Also Coping nennt sich das, also Stressbewältigung. Kann ich die Situation selbst ändern oder meinen Bezug zu dieser Situation ändern? Ja, also es sind zwei Möglichkeiten. Ich werde dir noch eine dritte geben, die ist in diesem Modell jetzt nicht vorhanden, aber es macht absolut Sinn und das wirst du dann auch entdecken. Kann ich die Situation selbst ändern oder meinen Bezug zu dieser Situation? Das dritte wäre natürlich, kann ich die Situation einfach verdrängen? Das war auch etwas, worauf wir dann später noch zu sprechen kommen. Beispiel, jetzt zu dieser Situation selbst ändern oder meinen Bezug zu dieser Situation ändern. Also du könntest eventuell das Weite suchen oder einfach erkennen, dass vor dir halt so ein bellender 10 Kilogramm Wollknäuel steht, den du halt easy aus dem Bild kicken könntest, was du natürlich nicht tust. Aber dir wird bewusst, das ist ein kleiner Köter, den kannst du wegtreten, wenn es darauf ankommt. Der wird ja keine Gefahr und nichts. Also so, dass man halt einfach eine neue Perspektive hat. Nochmal, nicht Hunde wegkicken, das macht man nicht. Aber nur damit wir ein Beispiel haben, das sich hoffentlich jetzt auch so ein bisschen in dein Hirn einbrennt. Und als sechstes und letztes haben wir die Neubewertung und Anpassung und das Lernen. Also beispielsweise Verständnis dafür zu entwickeln, woher diese Bewertung überhaupt kommt in erster Linie, wie damit in Zukunft umgegangen werden kann und was dadurch auch möglich wird. Ja, man sagt so schön, Dr. Joe Dispenza hat ja auch darüber gesprochen, dass wenn man eine super negative, geladene, mit Emotionen geladene Erinnerung hat, die man vielleicht auch Trauma nennen kann und dann eben diese Emotion davon löst, dann wird eben diese super negative Erinnerung zur Weisheit. Ja, wenn man dann das objektiv beobachten kann, ohne dadurch eben getriggert zu werden oder dass man im Inneren dann irgendwie eine Regung spürt, wenn man sich an etwas Negatives zurückerinnert. Weisheit entsteht dadurch. Sagt er, ich finde das eine schöne Formulierung, ich finde das schön. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Definition nahe kommt, was Weisheit tatsächlich bedeutet. Aber ich finde, dadurch lässt sich auf jeden Fall verstehen, wie sowas überhaupt bewältigt werden kann. Und ich glaube, das ist auch der Kern der Psychotherapie. Ich bin jetzt kein Psychologe, aber es geht ja am Ende darum, wie kann ich mit dem umgehen, was passiert ist. Wie kann ich eine neue Perspektive einnehmen, sodass es mich nicht mehr belastet. Das ist natürlich die Frage, ja Nico, warum das Ganze? Bist du jetzt Psychotherapeut geworden oder was? Naja, also nein, bin ich nicht. Aber wie du dir vorstellen kannst, Marketing hat ja irgendwo die Aufgabe, erstmal zu verstehen, wen habe ich vor mir, was sind seine Sorgen, Wünsche und Träume. Ja, komisch, ne? Weil die Menschen dann immer wieder auch Sachen kaufen, um sich dabei selbst zu unterstützen, zu helfen. Ja, also ich kaufe mir Dinge, die mir helfen, mein gewünschtes Ich zu erreichen oder meine gewünschte Situation zu erreichen. Und deswegen macht es Sinn, auch zu verstehen, wie Menschen überhaupt Situationen wahrnehmen, wie sie Verhaltensmuster entwickeln, damit man dann eventuell sogar Lösungen oder neue Perspektiven schaffen kann, durch die sie eben diese Altlasten vielleicht ablegen können. Weil wir alle sind irgendwann in eine Situation geraten, die uns überfordert. Ja, als Kinder, als Jugendliche, als Erwachsene. Ja, wenn der Reiz von außen zu Stress führt und wir dann nur begrenzt verstehen, wie wir das bewältigen können, dann nistet sich eben auch diese Erfahrung im Unterbewusstsein ein. Ja, warum? Naja, es ist halt so eine Art Selbstschutzmechanismus. Ganz nach dem Motto, das nächste Mal erkenne ich so eine Situation, bevor sie überhaupt passiert. Ja, das nennt halt dein Unterbewusstsein Selbstschutz. Beim Näheren betrachten könnte man das vielleicht sogar ein bisschen mit Paranoia verwechseln. Aber das ist genau das Lustige dabei, weil man irgendwann mal was Komisches erlebt hat und dann fühlt sich eine Situation in der Zukunft irgendwie ähnlich an und schon kommen diese ganzen Erinnerungen hoch oder man beginnt in derselben Art und Weise darauf zu reagieren oder vielleicht so ein bisschen, man wird gereizt und man hat da irgendwie so den Drang, sich zu verteidigen oder wird wütend, frustriert oder bekommt vielleicht sogar Angst. Und meine Theorie ist an der Stelle, ich weiß nicht, ob das wirklich wahr ist, aber das ist so meine Theorie, ist, dass sich dadurch eben auch Wahrnehmungsfilter unbewusst verändern und man dann selbst gar nicht mehr versteht, warum man so ist, wie man ist. Man reagiert dann halt gereizt auf alltägliche Themen, formuliert dann irgendwelche vorschnellen Annahmen und beginnt dann alles und jeden zu bewerten. Selbstschutz. Und das kennt jeder von uns. Das ist ja völlig normal. Warum aber wird man von Situationen getriggert, die offensichtlich für andere halt gar nicht so schlimm sind, für andere Menschen überhaupt nicht der Rede wert? Und dann sieht man halt in diversen Coaching-Modalitäten, dass hier von blockierten Emotionen gesprochen wird. Also wenn man sich das vorstellt, man hat irgendwie eine Situation erlebt und dann hat man irgendwie so diesen Batzen an dunkler Energie im Körper und der hat halt keinen Weg nach draußen gefunden und der nistet sich ein. Also es gibt ja, soweit ich weiß, in der Osteopathie wird auch davon gesprochen, dass sich das dann irgendwo, dass dann das dazu führen könnte, dass eben gewisse Organe miteinander nicht mehr richtig kommunizieren aufgrund von eben dieser, ja, störenden Schwingung, wenn wir das mal so ein bisschen esoterisch beschreiben. Aber ich finde, das macht irgendwie auch Sinn. Wir bestehen ja eigentlich auch nur als Energie. Deswegen muss man sich halt dessen so ein bisschen annähern. Man muss es nicht unbedingt annehmen. Ja, dass man sagt, so blockierte Emotionen, ja, das gibt es. Ich bin schon der Meinung, dass es sowas wie blockierte Emotionen gibt. Ich weiß nicht, ob das absolut wissenschaftlich belegt ist, aber es sind halt meiner Ansicht nach einfach Emotionen, die runtergeschluckt wurden, statt sich mit ihnen im Hier und Jetzt präsent dann auch zu widmen, ja. Aber Vorsicht an der Stelle. Und das ist eben genau so ein Punkt. Präsent sein bedeutet nicht, Emotionen auszuleben oder freien Lauf zu lassen. Da gibt es ja diese New Age Selbsthilfegruppen da draußen, die Freud so ein bisschen falsch verstanden haben. Der hat so diese Aussage getätigt, dass Psychosen durch unterdrückte und verdrängte Emotionen verursacht werden. Und dann wird das gerne falsch verstanden. Nur weil Verdrängen krank macht, heißt es nicht, dass Rauslassen und Ausleben gesund macht. Ja, im Gegenteil. Nur weil ich mich gerade ein bisschen wütend fühle und dann alles rauslasse und überall reinschlag und so und irgendwas kaputt mache, heißt es noch lange nicht, dass ich dadurch ein kluger, gesunder, vernünftiger Mensch werde. Ganz im Gegenteil. Natürlich, diese hohe Emotion, diese Ladung, die dann halt auf einmal losgetreten wird, die führt natürlich auch dazu, dass in deinem Hirn was passiert. Wenn wir wütend werden, wenn wir einfach den ganzen freien Lauf lassen, dann wird nachweislich auch der IQ geringer. Deine Intelligenz wird geringer. Wut macht dumm. Dementsprechend macht es Sinn, diese Wut jetzt nicht unbedingt rauszulassen. Ich hoffe, das muss ich dir nicht erklären. Und das ist eben auch so ein Problem. Viele Kunstakademien propagieren eben auf Basis dieser völlig bescheuerten Annahme, dass Künstler ihre Gefühlen und Emotionen folgen sollten, dass sie ihren Emotionen folgen sollten. Weil frei von Struktur und Beschränkung, frei von Ratio und Vernunft. Und das ist halt kein Wunder, dass so viele Kreative dann unter Depressionen und Angstzuständen und Drogenmissbrauch leiden. Weil sie einfach denken, ja, das ist richtig so. Ich muss das alles ausleben. Nee, musst du nicht. Wer sagt das? Das musst du nicht. Kleine Kinder, wenn du dir kleine Kinder anschaust, die gewalttätigsten Kinder, so einfach so vom, einfach jetzt nicht vom Effekt her, aber zweijährige Kinder sind super brutal. Also die muss man dann halt ein bisschen in gelenkte Bahnen bringen, damit sie halt dann nicht im späteren Alter dann halt richtig ausflippen. Aber wenn du dir ganz kleine Kinder anschaust, so ganz kleine, die sind richtig brutal. Ja, die schlagen um sich und alles. Also wir alle haben diese Wut in uns. Wir alle haben so diesen Dämon in uns. Und ich glaube, das ist ganz gut, wenn wir diesen dann halt auch als solchen betrachten, ihn annehmen, akzeptieren, umarmen, so inneres Kind mäßig. Aber das auszuleben macht nicht wirklich Sinn. Deswegen Dr. David Hawkins beispielsweise, einer meiner absoluten Favorites, von dem habe ich so ziemlich jedes Buch gelesen, manche sogar doppelt, dreifach und noch mehr, war halt über 40 Jahre lang als Psychiater klinisch tätig und hat halt wirklich die schlimmsten, skurriesten und verstörendsten Krankheitsbilder dann auch beobachten dürfen und empfiehlt halt an der Stelle, Stress und die Aufarbeitung von blockierten Emotionen eben auf eine ganz simple Art und Weise dann zu behandeln. Und das ist nichts, wo man da irgendwie, wo man da lange irgendwie damit beschäftigt, irgendwie so eine Weiterbildung machen muss oder so. Oder den Zehntage-Kurs, um sich zu heilen oder sowas. Oder Psychotherapie irgendwie, Gesprächstherapie über drei Jahre hinweg. Das finde ich ehrlich gesagt auch nicht so effektiv und vor allem nicht effizient. Naja, für den Therapeuten auf jeden Fall. Er findet ein gutes Geld, aber da gibt es andere Möglichkeiten. Und diese Methode, die er da empfiehlt, ist die Sedona-Methode. S-E-D-O-N-A. Er nennt das dann auch die Letting-Go-Methode. Also Loslassen der Ladung hinter der Emotionen oder hinter dieser Geschichte, hinter dieser Erfahrung, ohne Bewertung. Ja, also man hat eine Situation, eine Erfahrung, an die erinnert man sich zurück. Und man beginnt, diese Emotionen zu spüren, die vielleicht dann hochkommt. Oder man ist in einer Situation, die einen wütend werden lässt. Und dann beginnt man, das eben nicht zu bewerten, sondern einfach nur diese Emotionen als Ladung wahrzunehmen. Ich habe das ja auch mal in verschiedenen Episoden mal angesprochen. Ich habe dazu auch wirklich viele Fragen erhalten. Und dann denke ich mir, okay, vielleicht sollte ich dazu was sagen, weil es wurde mir immer wieder die Frage gestellt, was genau muss ich tun? Weil ich habe das Buch von Hawkins gelesen, Letting Go, und ich verstehe nicht, was er von mir will. Naja, es ist eigentlich ganz simpel. Es ist wie, während einer warmen Dusche, den Hahn einfach auf kalt zu drehen und entspannt zu bleiben und ruhig zu atmen. Ja, statt irgendwie loszuschreien und einfach alles zu verdrängen oder sowas. Dann geht es halt hier darum, die Kälte nicht zu bewerten und sich in die Erfahrung rein zu entspannen. Das ist es eigentlich. Das ist halt, da erkennt man vielleicht, Verdrängung und Präsenz sind da an der Stelle wirklich völlig unterschiedliche Dinge. Aber dazu irgendwann vielleicht mal mehr. Aber du verstehst hoffentlich, worum es geht. Präsent zu sein bedeutet nicht zu verdrängen oder irgendwie so rauslassen, schreien oder sowas unter der Dusche, sondern rein entspannen. Das gar nicht besonders irgendwie an einen ranlassen, nicht besonders bewerten, sondern einfach diese Erfahrung, die sich gerade einem bietet, wahrnehmen, ja, wahrnehmen, aber nicht bewerten. Du erinnerst dich an das Lazarus-Modell. Reiz, Wahrnehmungsfilter, primäre Bewertung, irrelevant. Ja, gleich ist irrelevant. Einstufen, vielleicht sogar als positiv einstufen. Dann wird das überhaupt gar nicht in der sekundären Bewertung dann als Gefahr wahrgenommen. Kann ich damit umgehen? Habe ich die Ressourcen dazu? So weit kommst du dann gar nicht. Und das macht es dann auch so spannend. Es gibt so viele Millionen Menschen da draußen, die im Winter einfach irgendwo in so ein Eisbecken reinhüpfen. Und das funktioniert auch. Und ich denke, dass wir das über die letzten Jahrtausende immer und immer wieder gemacht haben. nur wir halt einfach komfortable, neuzeitliche Affen geworden sind, die halt damit nicht mehr umgehen können. Und genauso ist es aber auch mit Emotionen. Das ist genau das Gleiche. Wenn man dann halt in eine Situation kommt, die halt super negativ ist und man einfach sich damit nicht beschäftigen möchte oder man diese eben als negativ einschätzt und bewertet, dann geht es einfach nur darum, damit präsent zu sein. Einfach atmen, tief atmen in dein Wurzelschakra. Nee, aber jetzt denkst du dir auch, Aniko, was erzählst du mir hier? Warum erzählst du mir das? Ja, okay. Also einer Sache kannst du dir jetzt sicher sein. Jeder von uns ist irgendwann Stress ausgesetzt worden. Ja? Jeder. Jeder von uns. Ohne Ausnahme. Und dieser blockierte Stress führt eben meiner Ansicht nach zu diesen ganzen wiederholten Verhaltensmustern und zu eben auch dieser selektiven Wahrnehmung. So wird dann halt der nette Klaus zum Frauenhasser, weil er nicht weiß, warum er keine Frau will. Weil er das immer und immer wieder erfahren hat, wurde immer wieder abgewiesen. Und irgendwann entwickelt sich eben halt sein Weltbild eben in diese Richtung. Oder die nette Susi, die halt zum Männerhasser wird, weil sie schon früh von soziopathischen Männern umgeben war und halt dieses Negative, dieses unterdrückende Männerbild sieht, das einfach nur Macht ausübt und nicht warmherzig ist, nicht sich um sein Umfeld kümmert. Und da geht es dann ganz klar in diese Richtung Selbstschutz. Das ist halt die Aufgabe des Unterbewusstseins. Wut ist immer auch der Ausdruck eines ängstlichen Kindes. Man kennt das ja, so dieses innere Kindsthema, das halt Schutz braucht. Ich bin kein Freund von diesen Personifikationen, von irgendwelchen Prozessen, die im Inneren stattfinden. Für mich ist das alles nur Energie. Aber wenn es dir hilft dabei, das alles so ein bisschen so wahrzunehmen, dann ist es vielleicht eine gute Sache. Aber das ist genau dasselbe mit Neid, Arroganz, Begierde, Apathie, Scham und Schuldgefühl. Das ist genau dasselbe. Es geht immer um Verteidigung und den Wunsch nach Sicherheit. Ich sage dir immer, alles ist entweder ein Ruf nach Liebe oder ein Akt der Liebe. Und das ist völlig normal. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Aber was hat das alles mit Marketing zu tun? Okay, so ziemlich alles. Und du wirst dich wundern, weil Menschen kaufen Dinge, um Bedürfnisse zu befriedigen. Und diese Bedürfnisse, die sind sehr, sehr tief verankert in der Geschichte, die diese Person erlebt hat und immer wieder vom geistigen Auge auch wieder nochmal durchlebt. Und die meisten sind auch gar nicht so reflektiert. Und dabei kannst du ihnen helfen. Die meisten wissen gar nicht, was in ihrem Kopf eigentlich vorgeht. Die meisten wissen gar nicht, dass sie überhaupt so etwas wie ein Unterbewusstsein besitzen. Sondern die meisten glauben wirklich, dass sie über alles, was sie machen, Kontrolle haben. Das stimmt aber nicht. Und deswegen kaufen eben Menschen Dinge, die ihre Bedürfnisse befriedigen. Diese Bedürfnisse können physischer Natur sein, wie Klopapier und Essen. So Sachen oder Sicherheitsbedürfnisse. Wenn wir nach Maslow gehen, Sicherheit, physiologisch und soziale Bedürfnisse. Aber auch psychische Bedürfnisse. Meinetwegen Bücher, Luxus, Reisen. Je nachdem. Das ist jetzt einfach nur ein ganz kleines, so ganz kleine Beispiele. Aber wenn es danach ginge, dann würden wir ja eigentlich nur das Nötigste kaufen. Wenn wir nur das kaufen würden, was wir brauchen. Aber das ist eben nicht der Fall. Wir kaufen, was wir wollen. Wir kommunizieren halt auch mit unseren Käufen, wer wir sind oder auch wer wir sein möchten. Bewusst oder unbewusst. Wenn du dir bestimmte Kleidung kaufst und du aber auch keinen Wert legst auf Kleidung, dann kommunizierst du das damit. Ganz einfach. Wenn du beispielsweise sagst, ich fahre keinen dicken Benz, ich habe zwar das Geld dafür, aber ich will nicht so wirken und was auch immer. Und ich kaufe mir einfach einen Volvo, der halt genauso viel kostet, voll ausgestattet wie ein gleichwertiges Modell bei Mercedes. Aber dann zeigst du damit, wofür du stehst. Auch wenn du eigentlich dasselbe Geld ausgibst für etwas, das nach außen anders wirkt. Weil du vielleicht in eine gewisse Richtung dich halt orientieren möchtest. Auch mit deinen Werten. Was auch völlig in Ordnung ist. Ich finde Volvo toll. Aber wir kommunizieren mit unseren Käufen, wer wir sind und sein möchten. Wer wir sind und sein möchten. Diese Vorstellung darüber, mit welcher Persönlichkeit wir uns selbst identifizieren. Also nicht mit einer Fremden, sondern die Persönlichkeit, die wir uns aufbauen, die wir vom geistigen Auge haben, die Vision, die wir verfolgen. Diese Vorstellung entsteht mit der Zeit, mit den Erfahrungen. Ganz einfach. Und so ist der Klaus aus unserem Beispiel, der Frauenhasser, dann zum erfolgreichen Banker meinetwegen aufgestiegen. Nicht, weil er das Bankwesen super toll findet und es ihm begeistert, sondern weil er glaubt, dass ihm dieser Lebensstil das Gefühl von Wertschätzung verschafft. Arroganz, Wut, Frust, Neid. Das sind dann genau diese Emotionen, die halt auch seinen Alltag höchstwahrscheinlich und auch seine Entscheidungen bestimmen. Weil wenn du aus einer negativen Emotion heraus dann einen Lebensstil wählst, dann wird natürlich dieses Muster sich immer wieder wiederholen im eigenen Leben. Das kann ich nur bezeugen. Deswegen ist es ganz gut, wenn man da an seinen Mustern so ein bisschen rumschraubt und auch entdeckt, wo kommt das denn her? Und jeder hat das. Ich genauso. Jeder hat solche Muster, die halt jetzt nicht unbedingt hilfreich sind. Aber diese Reflexion macht es halt entscheidend. Und dabei kannst du, lieber Künstler oder liebe Künstlerin, genau deinem Gegenüber helfen. Das ist natürlich die Frage, wie sehr lässt du dich von deinen Emotionen unbewusst lenken? Wir hatten das angesprochen, unbewusst oder das Unterbewusstsein. Was ist das Ganze? Also es ist halt einfach ein Teil in deinem Hirn, der dein Verhalten steuert. 99% deines Verhaltens wird von deinem Unterbewusstsein gesteuert. Das sagen Forscher zumindest. Ganze 99%, manche sagen sogar noch mehr. Ich weiß nicht, wie das noch gehen soll. 99,99999%, keine Ahnung. Ich weiß sogar gar nicht, wie man das messen möchte. Aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr viel. Und kaum jemand weiß, warum genau ihn oder sie etwas dann frustriert im Äußeren oder sogar begeistert. Dann wird halt einfach darüber gesagt, naja, ich nehme das einfach so hin, weil ich bin halt so. Ich bin halt so. Nimm mich so, wie ich bin. Ich bin halt so. Ich möchte so sein, wie ich bin. Und spätestens hier sollte dir aufgefallen sein, warum Menschen gewisse Verhaltensmuster immer und immer wieder vom Neuen wiederholen. Immer und immer wieder. Entscheidend ist halt, es ist nur eine Erfahrung oder eine Situation, die halt eine sehr, sehr starke emotionale Ladung hervorgerufen hat oder zumindest etwas hinterlassen hat, das dann in Zukunft dann ein gewisses Verhaltensmuster dann an den Tag legt. Ja. Und der Reiz wird dann eben, der da wahrgenommen wurde, meinetwegen, der Reiz wird als Gefahr wahrgenommen und die Bewältigungsstrategie ist dann in dem Fall meinetwegen Verdrängung. Oder man möchte irgendwie, oder man hat es ausgelebt. Das ist genau dasselbe. Und schon nistet sich dann genau diese Ladung halt in deinem Unterbewusstsein ein. Ja, also Selbstschutz. Sowas wird mir nicht mehr passieren. Ja, und alles, was sich ähnlich anfühlt, was ähnlich aussieht, wird automatisch als Gefahr wahrgenommen. Und dann beginnt man mit Verhaltensweisen, die eben auch negativer Natur sind. Neid, Scham, Schuld, Angst, Frust, Apathie, sich zurückziehen und so weiter. Aber auch wenn du emotional wirst, wütend oder ängstlich wirst, sowas nistet sich natürlich auch ein. Also jetzt gerade eben hier und jetzt. Deswegen sagen halt auch die Buddhisten immer und immer wieder, oder haben sie zumindest, der Buddha hat das mal gesagt, glaube ich, dass eben emotionale Extreme einfach gemieden werden sollen, weil sie dich einfach durcheinander bringen. Ja, wenn der Geist, wenn der Verstand getrübt wird von turbulenten Emotionen, ob jetzt positiv oder negativ, dann ist man gar nicht mehr in der Lage, gezielt eben sein Leben zu führen oder so eben zu führen, dass man halt nicht ständig irgendwo hängen bleibt. So gelassene Dankbarkeit, eben gepaart mit Mitgefühl und Verantwortungsgefühl. Sowas sagen eben die Buddhisten. Finde ich toll. Aber zurück zum Thema. Auch die Dinge, die du tust, weil du sie liebst, hegen halt eben auch genügend Raum für Frust und Wut, weil es halt auch an Bedingungen geknüpft ist. Man will ja, dass es so bleibt oder man möchte, dass es anders wird. Je nachdem. Das ist ganz simpel. Schau mal. Vor allem, wenn es halt um Dinge geht, die du gerne ändern würdest oder deiner Ansicht nach anders sein sollten. Wenn du zum Beispiel so Tierschützer bist und so, finde ich natürlich eine gute Sache. Nur damit verbindest du natürlich einen gewissen Wunsch, weil dir das Thema wichtig ist. Aber gleichzeitig eben auf der anderen Seite kann es sehr, sehr negative Emotionen bei dir hervorrufen, weil du halt den Status Quo verändern möchtest. Und weil es eben so für dich wichtig ist, hast du Angst, dass es so bleibt oder dass es anders wird oder wie auch immer. Es kommt sehr auf die Situation an. Man möchte eben Kontrolle ausüben und da ist eben das Problem. Ob es nun deine politische Überzeugung ist oder dein kleiner Hamster, ist dabei völlig irrelevant. Das heißt, hohe Emotionen in Verbindung mit einer Geschichte hohe Emotionen in Verbindung mit einer Geschichte ist dabei entscheidend. Hohe Emotionen in Verbindung mit einer Geschichte. Und da sind wir angekommen. Da sind wir jetzt auch schon wieder im Marketingreiz. Der wird relevant bewertet und dann kommt die Geschichte. Weißt du, mir gefällt irgendwie der Gedanke, dass bisher bildende Kunst völlig falsch betrieben wurde. Ich bin förmlich verliebt in diese Idee, dass Kunst ohne Bedeutung sinnlos ist und wirklich nur wenigen nutzt. Kunst, die eben dann zur Deko degradiert wurde oder als Wertanlage irgendwie gesehen wird. Ich glaube fest daran, dass wir Menschen fest verwoben sind mit den Geschichten, die wir erfahren, mit den Narrativen, die auch schon lange vor unserer Zeit auch schon die Menschen motiviert haben. Man schaut sich einfach mal die Weltreligionen an. Die bauen immer auf Narrativen auf. Dadurch wird auch erst für dich selbst und für jeden anderen da draußen Zeit, Raum, Kontext, Bedeutung wert und das Leben überhaupt erst wirklich greifbar. Ohne Narrative haben wir kein Gefühl für Zeit, für Raum, für Kontext. Nichts von all dem. Ohne Geschichten existierst du nicht mal. Weder für dich noch für mich noch für irgendjemanden. Wie sollen wir jemanden davon erzählen? Ohne Geschichten gibt es nichts. Ohne Kommunikation würde nichts auf diesem Planeten funktionieren. Nicht mal Bakterien würde es geben, weil selbst die kommunizieren. Was wäre also, wenn man die Geschichten der eigenen Traumkunden erst mal kennenlernen würde, bevor man anfängt, irgendwie was auf Leinwand zu klatschen? Oh, ich will das verkaufen. Ja, schön. Was du willst, ist erst mal nebensächlich. Du hast jetzt auf jeden Fall erst mal dein Thema ausgesucht. Du willst dich der Kunst widmen. Du möchtest Kunst machen und diese auch verkaufen. Schön, aber für wen? Indem man soll ja sein, wohlverdientes Geld, dafür investieren, was du da dir ausgedacht hast. Und noch besser wäre es natürlich, wenn du dir Gedanken machst, wen möchte ich meine Kunst widmen? Was wäre, wenn du herausfindest, was deine Traumkunden frustriert, begeistert, lieben oder sogar wütend macht? Ja, was wäre, wenn deine Kunst diese Geschichten erzählen könnte? In deiner authentischen, persönlichen, visuellen, kreativen Sprache. Dann hast du eben eine Sprache, die eben auf einer unterbewussten Ebene stattfindet. Kunst, die wir aus einem gewissen Antrieb heraus machen. Und wenn in uns eine gewisse Gedankenwelt brodelt und wir das nach außen tragen möchten und wir dem auch noch einen sprachlichen Rahmen geben können, dann ist es eine Sprache, die von Seele zu Seele spricht. In deiner persönlichen Sprache, die eben Menschen auch hilft, loszulassen, was ihr Handeln ständig erschwert. Darum geht es ja, der Sack voller Steine, den dein Traumkunde schon immer mit sich rumträgt, aber gar nicht weiß, dass da drin Steine sind. Aber das ist mein Sack voller Steine. Du weißt nicht, wie es mir geht, weil ich habe so viele Säcke, die voll sind mit Steinen. Und dir geht es viel besser als mir, weil ich habe den Sack voller Steine und du eben nicht. Du weißt nicht, wie es mir geht. Doch, weiß ich wohl. Weil du ihm eben genau diese Freiheit verschaffen kannst, indem du ihm zeigst, was sich in diesem Sack voller Steine befindet. Und zwar Steine, Altlasten, Ladung, emotionale Ladung, Ballast. Und genau das ist, all das ist eben Treibstoff für schädliche Verhaltensmuster. Und deswegen glaube ich fest daran, glaube ich fest daran, und das ist eben auch die Mission und die Vision und das absolute Ideal, das ich mit der Kunstschmiede Akademie auch verfolge. Ich glaube fest daran, dass Kunst die Aufgabe hat, positive Veränderungen zu inspirieren, indem sie die Ideale darstellt, die wir leben könnten und sollten. In dem ganz einfachen Prozess, den du übrigens auch bei uns in der Kunstschmiede Akademie lernst. Und zwar, lerne die Geschichte deiner Traumkunden kennen. Finde die Schnittmenge aus euren gemeinsamen Themen. Schaffe Kunst, die genau diese gemeinsamen Geschichten neu beleuchtet, neu interpretiert und kreativ einfach auch darstellt und kommuniziert. Schaffe einen Ausblick darauf, was möglich ist. Nimm sie mit deiner Kunst an die Hand und zeig ihnen einen besseren Weg. Erzähle dazu am besten noch eine Geschichte, sprachlich. Nimm Bezug auf das, was du bereits von deinen Kunden dann auch erfahren hast und hole Feedback ein. Mach das immer und immer wieder und du wirst verkaufen. Das ist ganz einfach, weil du, weil das, was du tust, ist der Kern eigentlich der Psychotherapie. Du verstehst deinen Traumkunden, du hörst ihm zu, seine Träume, Wünsche, Sorgen und Hindernisse und deine Kunst verschafft ihm dann halt auch einen Blickwinkel, durch den er seine Gedankenwelt aus einer ganz anderen Perspektive wieder betrachten kann. So wird bisher was unüberwindbar schien, zu einem Sprungbrett und eine Möglichkeit zu wachsen. Weisheit. Das Thema hatten wir ja. Weil deine Kunst, deinem Traumkunden, die Ladung, den Ballast und die Altlasten dann auch abnimmt. Er erhält mit deiner Kunst dann auch den Abstand, den er benötigt, um sein authentisches Selbst dann auch zum Ausdruck zu bringen. Weil bisher, was er da hatte, diese Persönlichkeit, über die er gar nicht wirklich reflektieren konnte, weil ihm bisher die Ressourcen gefehlt haben, dieses Selbst, das er da ständig mit sich rumträgt, ist eben gepeinigt durch Altlasten, deren er vielleicht auch gar nicht, die er gar nicht so wirklich wahrgenommen hat, von denen er gar nicht wusste. Und seine Geschichte, seine Gedankenwelt, die Dinge, die wirklich wichtig für ihn sind, verbindet er dadurch dann immer und immer wieder mit deiner Kunst. Dann wird eben deine Kunst zum Auslöser, die er mit seiner persönlichen Geschichte verbindet und die Ressourcen dann auch schafft. Die Ressourcen schafft, durch die er seine Herausforderungen neu bewerten kann. Du zeigst ihm, was für ihn bereits möglich ist. Du erinnerst ihn daran, was in ihm bereits schlummert, dass er bereits in der Lage ist, das alles auch schon zu schaffen, was er schaffen möchte. Einfach, weil du dir die Mühe machst, denjenigen zu verstehen, dem du deine Kunst widmen möchtest, weil du vielleicht bereits dort bist, wo er sein möchte. Du vielleicht auch ein bisschen was darüber weißt, wie es ist, diese Herausforderungen zu meistern oder wenn es auch einfach nur um gewisse Themen geht, ihm einfach auch mal zu zeigen, ich verstehe, warum dir das so wichtig ist und ich zeige dir eine neue Perspektive, mit der du auch eine gewisse Ladung einfach loslassen kannst, damit es dann nicht nur mehr mit Frust zu tun hat, mit Begierde, sondern mit Warmherzigkeit und Vernunft. Und wenn es eine Sache da draußen gibt, die wir Menschen mehr wollen als alles andere, dann ist es uns mit Menschen zu umgeben, die uns verstehen und annehmen, so wie wir sind. Menschen, die uns dabei helfen, so zu sein, wie wir sein möchten. Es ist wirklich simpel. Es ist wirklich simpel. Nicht einfach, aber es ist simpel. Wie du deinen Traumkunden erreichst, lernst du übrigens Schritt für Schritt in der Ikonenschmiede Akademie auf ikonenschmiede.de Schrägstrich Akademie bewirb dich, falls dir eben diese Philosophie zusagt und du die Sache von Anfang an mit Struktur an, mit richtig Struktur dann auch richtig angehen möchtest, natürlich in deinem eigenen Tempo, ohne Druck. Damit du so sein kannst, wie du sein möchtest. In dem Sinne, ich wünsche dir den Erfolg, den du dir wünschst und wir hören uns nächste Woche in der nächsten Episode. Bis dann. Bis dann.